Kapitel 2 Ich spiele Völkerball mit Kannibalen Es schien ein ganz normaler Tag zu werden. So normal, wie das am Meriwether College Prep überhaupt nur möglich ist. Das Meriwether ist nämlich eine progressive Schule mitten in Manhattan. Was bedeutet, dass wir auf Sitzsekten sitzen und nicht an Tischen. Und dass wir keine Noten kriegen und die Lehrer in Jeans und Rockkonzert-T-Shirts zur Arbeit kommen. Dagegen hab ich auch gar nichts. Ich meine, ich hab ADHD, ich bin Legastheniker wie die meisten Halbblute. Deshalb hatte ich es in normalen Schulen nie weit gebracht. Ehe ich dann gefeuert wurde. Der Nachteil am Meriwether war aber, dass die Lehrer immer das Positiv in allem sahen. Und die Schüler waren nicht immer, naja, positiv eben. Nehmen wir die erste Stunde. Englisch. Die ganze Mittelstufe hatte das Buch Der Herr der Fliegen gelesen, wo lauter Jungs auf einer Insel stranden und durchdrehen. Und unsere Abschlussprüfung bestand darin, dass wir eine Stunde auf dem Hof verbringen sollten, ohne irgendeine erwachsene Aufsicht, und sehen, was dann passierte. Was passierte, war ein wildes Wettkneifen zwischen der siebten und der achten Klasse. Dazu zwei Steinwerfereien und ein heftiges Basketballspiel. Der Anführer bei allem war der Obermacker der Schule. Matt Sloan. Sloan war nicht groß oder stark, aber er verhielt sich so. Er hatte Augen wie ein Pitbull und eine wilde, schwarze Mähne und trug immer teure, aber schäbige Klamotten. Wie um aller Welt zu zeigen, dass die Kohle seiner Familie ihm ja sowas von egal war. Eine seiner Vorderzähne war abgebrochen, seit er einmal mit dem Porsche seines Daddys losgefahren und gegen ein Schild mit der Mahnung »Lang zum Fahren, Kinder« gebrettert war. Jedenfalls kniffslohen erst einmal alle, bis er den Fehler machte, das auch bei meinem Freund Tyson zu versuchen. Ich sollte wohl etwas mehr über Tyson berichten. Er war der einzige obdachlose Schüler am Meriwether College Prep. Soweit meine Mom und ich es uns zusammengereimt hatten, war er schon in ganz jungen Jahren von seinen Eltern verlassen worden. Vermutlich, weil er so anders war. Er war fast 1,90 groß und hatte die Statur eines entsetzlichen Schneemenschen, aber er weinte viel und fürchtete sich so vor ungefähr allem, sogar vor seinem eigenen Spiegelbild. Sein Gesicht wirkte missgestaltet und brutal. Ich hatte keine Ahnung, welche Farbe seine Augen hatten, weil ich es niemals über mich brachte, meinen Blick höher wandern zu lassen als bis zu seinen grummen Zähnen. Seine Stimme war tief, aber er sprach merkwürdig, wie ein viel jüngeres Kind, vielleicht, weil er keine Schule besucht hatte, bevor er ins Meriwether kam. Er trug zerfetzte Jeans, verdreckte riesengroße Turnschuhe und ein kariertes Flanennhemd mit Löchern. Er stank wie eine Gasse in New York City, denn da lebte er, in einem Kühlschrankkarton in der Nähe der 72. Straße. Das Meriwether Prep hatte ihn als gemeinnützige Tat adoptiert, damit alle Schüler dort sich wie richtig gute Menschen fühlen konnten. Leider konnten die meisten Tyson einfach nicht ausstehen. Wenn sie erst einmal entdeckt hatten, dass er trotz seiner gewaltigen Kraft und seines beängstigenden Aussehens ein riesiges Weichei war, dann fühlten sie sich richtig gut, wenn sie auf ihm herumhacken konnten. Ich war so ungefähr sein einziger Freund, und das bedeutete, dass er auch mein einziger Freund war. Meine Mom hatte sich eine Million Mal bei der Schule beschwert, weil Tyson dort nicht genug geholfen wurde. Sie hatte das Sozialamt eingeschaltet, aber es schien trotzdem nichts zu passieren. Die Sozialarbeiter behaupteten, dass Tyson nicht existierte. Sie schworen Stein und Bein, dass sie die Gasse besucht hatten, die wir ihnen beschrieben hatten, dass sie ihn aber nicht finden konnten. Wie man allerdings ein Riesenbaby in einem Kühlschrankkarton übersehen kann, das überstieg wirklich meine Vorstellungskraft. Wie auch immer. Matt Sloan tauchte hinter Tyson auf und wollte ihn kneifen. Tyson geriet in Panik und schob Sloan ein wenig zu innerer Geschweck. Sloan flog fünf Meter weiter auf den Spielplatz und knallte gegen die Schaukel für die Kleinen. Du Missgeburt, schrie Sloan. Scher dich zurück in deinen Pappkarton. Tyson brach in Tränen aus. Er ließ sich auf einen Balancierbalken fallen, verbog dabei die Stange und schlug die Hände vors Gesicht. Nimm das zurück, Sloan, brüllte ich. Sloan grinste nur hämisch. Lass michst du dich da ein, Jackson. Setz dich nicht immer für diese Missgeburt ein. Dann kannst du irgendwann auch mal richtige Freunde haben. Ich ballte die Fäuste. Ich hoffte, dass mein Gesicht nicht so rot war, wie es sich anfühlte. Er ist keine Missgeburt. Er ist nur... Ich suchte die richtigen Worte, aber Sloan hörte gar nicht zu. Er und seine großen, miesen Kumpels waren zu sehr mit Lachen beschäftigt. Ich fragte mich, ob ich mir das nur einbildete oder ob noch mehr Mistkerle mit Sloan herumhingen als sonst. Ich war daran gewöhnt, ihn mit zwei oder drei anderen Schülern zusammenzusehen, aber an diesem Tag hatte er noch etwa ein halbes Dutzend mehr dabei und ich war ziemlich sicher, dass ich die Typen allesamt zum ersten Mal sah. Warte nur bis zum Sport, Jackson, rief Sloan. Du bist ja sowas von tot. Nach der ersten Stunde kam unser Englischlehrer Mr. DeMilo heraus, um sich das Gemetzel anzusehen. Er erklärte, wir hätten der Herr der Fliegen super verstanden. Wir hätten seinen Kurs erfolgreich absolviert und würden nie im Leben zu gewaltbereiten Menschen heranwachsen. Matt Sloan nickte mit ernster Miene, grinste mir zu und ließ dabei seinen angeschlagenen Zahn sehen. Ich musste Tyson versprechen, dass ich ihm in der Mittagspause ein extra Erdnussbutter-Sandwich kaufen würde, damit er mit dem Weinen aufhörte. Ich, ich bin eine Missgeburt? fragte er mich. Nein, beteuerte ich zähneknirschend. Matt Sloan ist einer. Tyson schniefte. Du bist ein guter Freund. Ich werde dich nächstes Jahr vermissen, wenn... Wenn ich nicht... Seine Stimme zitterte. Mir ging auf, dass er nicht wusste, ob er auch im nächsten Jahr noch als gemeinnützige Tat die Schule besuchen dürfte. Ich fragte mich, ob der Direktor sich überhaupt die Mühe gemacht hatte, mit Tyson darüber zu reden. Mach dir keine Sorgen, Großer, sagte ich. Das kommt schon alles in Ordnung. Tyson sah mich dermaßen dankbar an, dass ich mir wie ein super Lügner vorkam. Wie konnte ich einem Jungen wie ihm versprechen, dass irgendwas in Ordnung kommen würde? Die nächste Prüfung hatten wir in Chemie. Mrs. Tesla ließ uns Chemikalien mischen, bis uns irgendeine Explosion geglückt war. Tyson war mein Laborpartner. Seine Hände waren viel zu groß für die winzigen Fiolen, mit denen wir arbeiten sollten. Aus Versehen stieß er ein Tablett mit Chemikalien vom Tisch und ließ aus dem Mülleimer eine orangefarbene Pilzwolke aufsteigen. Nachdem Mrs. Tesla das Labor evakuiert und das Giftmüllräumkommando bestellt hatte, lobte sie Tyson und mich überschwänglich als die geborenen Chemiker. Ich freute mich darüber, dass der Morgenstell vorbeiging, denn so brauchte ich nicht zu sehr, an meine Probleme zu denken. Ich konnte die Vorstellung, dass im Camp etwas nicht stimmen konnte, einfach nicht ertragen. Und schlimmer noch, ich konnte meinen bösen Traum nicht abschütteln. Ich hatte das entsetzliche Gefühl, dass Grover in Gefahr schwebte. Während wir in Geografiekarten mit Längen und Breitengraden zeichneten, öffnete ich mein Notizbuch und schaute das Foto an, das ich darin aufbewahrte. Meine Freundin Annabeth im Urlaub in Washington, D.C. Sie trug Jeans und eine Jeansjacke über ihrem orangefarbenen T-Shirt mit dem Aufdruck Camp Half-Blood. Ihre blonden Haare hatte sie mit einem Tuch zurückgebunden. Sie stand mit verschränkten Armen vor dem linken Denkmal und schien mit sich überaus zufrieden zu sein. So, als ob sie das Ding höchstpersönlich entworfen hätte. Annabeth möchte nämlich später Architektin werden, deshalb besucht sie immer wieder berühmte Denkmäler und sowas. In der Hinsicht ist sie schon komisch. Sie hatte mir das Foto nach den Osterferien geschickt. Und ich sah es mir ab und zu an, um mich daran zu erinnern, dass sie existierte. Und dass ich mir Camp Half-Blood nicht einfach nur ausgedacht hatte. Ich wünschte, Annabeth wäre bei mir. Sie hätte gewusst, was von meinem Traum zu halten war. Ich wollte es ihr gegenüber nie zugeben, aber sie war intelligenter als ich, auch wenn sie mir manchmal echt auf die Nerven ging. Ich wollte das Notizbuch gerade zuschlagen, als Matt Sloan die Hand ausstreckte und das Foto herausriss. Hey! Protestierte ich. Sloan starrte das Bild an und machte große Augen. Nie im Leben, Jackson. Wer ist das denn? Die ist doch nie im Leben deiner... Her damit! Meine Ohren glühten. Sloan reichte das Foto an seine miesen Kumpels weiter und die kicherten und fingen an, es zu zerpflücken, um daraus Papiergügelchen zu machen. Die neuen Typen mussten Besucher sein, denn alle trugen diese blödsinnigen, hallo, ich heiße Plaketten, die das Schulsekretariat austeilte. Sie hatten offenbar einen komischen Sinn für Humor, denn sie hatten sich abstruse Namen gegeben wie Marksauger, Schädelfresse und Joe Zaster. Und so hieß er wohl kein Mensch. Die Jungs ziehen nächstes Jahr her, protzte Sloan, als wollte er mir Angst machen. Ich wette, die können das Schulgeld bezahlen, anders als dein zurückgebliebener Freund. Er ist nicht zurückgeblieben. Ich musste mich wirklich sehr beherrschen, um Sloan keine zu scheuern. Du bist so ein Versager, Jackson. Gut, dass ich dich im nächsten Jahr von deinem Elend erlösen werde. Seine Riesenkumpels benutzten mein Foto als Zahnstocher. Ich hätte sie zu Staub zu reiben mögen, aber Chiron hatte mir strengstens verboten, meinen Zorn jemals an normalen Sterblichen auszulassen, egal wie schrecklich die auch sein mochten. Ich musste meine Kampflust für Ungeheuer aufsparen. Aber trotzdem dachte ein Teil von mir, wenn Sloan nur wüsste, wer ich bin. Es klingelte. Als wir aus der Klasse liefen, flüsterte eine Mädchenstimme, Percy. Ich schaute mich zwischen den Schließfächern um, aber niemand beachtete mich. Als ob irgendein Mädchen am Merriweather freiwillig in aller Öffentlichkeit meinen Namen nennen würde. Ehe ich mir überlegen konnte, ob ich mir das eingebildet hatte oder nicht, stürzte eine ganze Bande von Jungs auf die Turnhalle zu und riss Tyson und mich mit. Jetzt stand Sport auf dem Stundenplan. Unser Lehrer hatte uns eine Runde Völkerball versprochen und Matt Sloan hatte gelobt, mich umzubringen. Zum Turnen traten wir am Merriweather in Himmelblauer Shorts und Bartik-T-Shirts an. Glücklicherweise fand Sport meistens in der Halle statt, wir mussten also nicht wie eine Bande von Hippie-Kindern durch das Viertel laufen. Ich zog mich so schnell wie möglich um, denn ich wollte nicht noch einmal mit Sloan aneinander geraten. Ich war gerade fertig, als Tyson rief, Percy? Er hatte sich noch nicht umgezogen. Er stand neben der Tür zum Gewichteraum und presste seine Turnklamotten an sich. Würdest du, ähm... Ja, klar. Ich versuchte nicht sauer zu klingen. Sicher, Mann. Tyson verschwand im Gewichteraum. Ich stand vor der Tür Schmiere, während er sich umzog. Ich fühlte mich gar nicht wohl, wenn ich das machte, aber ich tat es meistens. Es ist Tyson nämlich wahnsinnig peinlich, sich umziehen zu müssen. Ich nehme an, das liegt daran, dass er total behaart ist. Außerdem hat er seltsame Narben auf dem Rücken, aber ich habe mich nie getraut, ihn danach zu fragen. Jedenfalls hatte ich schon erlebt, wie Tyson durchdrehte und die Türen von den Schließfächern riss, weil er beim Umziehen angemacht worden ist. Als wir in die Sporthalle kamen, saß Sportlehrer Nunley an seinem kleinen Tisch und las die Sports Illustrated. Nunley war ungefähr eine Million Jahre alt, hatte eine Gleitsichtbrille, keine Zähne und eine fettige Welle, graues Haar. Er erinnerte mich an das Orakel im Camp Halfblatt. Eine verschrumpelte Mumie. Nur bewegte Lehrer Nunley sich seltener und rülpste auch nie grünen Rauch aus. Jedenfalls hatte ich das noch nicht erlebt. Matt Sloan sagte, Herr Lehrer, kann ich Käpt'n sein? Ähm. Nunley schaute von seiner Zeitschrift auf. Ja, mummelte er. Hm, hm. Sloan grinste und fing an, seine Mannschaft zu wählen. Er ernannte mich zum Käpt'n der anderen Mannschaft, aber es war egal, wen ich mir aussuchte, denn alle guten Werfer und alle angesagten Leute scharten sich auf Sloans Seite. Zusammen mit den vielen Besuchern. Ich hatte Tyson, Corey Baylor, den Computer-Nerd, Rashmandali, das Rechengenie und ein halbes Dutzend andere, die in der Hackordnung allesamt ganz unten standen. Normalerweise hätte es gereicht, Tyson zu haben. Er allein war so gut wie eine halbe Mannschaft. Aber die Gäste in Sloans Team sahen fast so groß und stark aus wie er und sie waren immerhin zu sechst. Matt Sloan kippte mitten in der Turnhalle einen Korb voller Bälle aus. Angst, murmelte Tyson. Riecht komisch. Ich sah ihn an. Was riecht komisch? Ich ging davon aus, dass er nicht von sich redete. Die da. Tyson zeigte auf Sloans neue Freunde. Riechen komisch. Die Gäste ließen ihre Fingergelenke knacken und schauten uns Mordlüstern an. Ich fragte mich wirklich, woher sie wohl kamen. Irgendwoher, wo Kinder mit rohem Fleisch gefüttert und mit Stöcken geschlagen wurden. Sloan blies in die Trillerpfeife des Lehrers und das Spiel begann. Sloans Team rannte auf die Mittellinie zu. Rashmandali neben mir brüllte etwas auf Urdu, vermutlich »Ich muss aufs Töpfchen« und stürzte zum Ausgang. Corey Baylor versuchte, hinter die Matten zu griechen und sich dort zu verstecken. Die anderen aus meinem Team gaben sich alle Mühe, sich ängstlich zusammenzukauern und nicht wie Zielscheiben auszusehen. »Tyson«, sagte ich. »Kommen wir!« Ein Ball knallte mir in den Bauch. Ich ging mitten in der Turnhalle zu Boden. Die gegnerische Mannschaft wollte sich ausschütten vor Lachen. Vor meinen Augen flimmerte alles. Ich kam mir vor, als ob gerade ein Gorilla mit mir das heimliche Manöver probiert hätte. Ich konnte nicht glauben, dass irgendwer so hart werfen konnte. Tyson schrie »Percy, duck dich!« Ich melzte mich zur Seite, als noch ein Ball in Schallgeschwindigkeit an meinem Ohr vorüberjagte. Der Ball knallte gegen die Wand und Corey Baylor fiebte. »Hey«, brüllte ich zu Sloanes Team rüber. »Wollt ihr uns umbringen?« Der Gast namens Joe Zaster grinste mich fies an. Aus irgendeinem Grund sah er jetzt größer aus. Noch größer als Tyson. Seine Armmuskeln spannten sein T-Shirt. »Das will ich doch hoffen, Perseus Jackson. Das will ich doch hoffen.« Als er meinen Namen nannte, lief es mir eiskalt den Rücken runter. »Niemand nennt mich Perseus. Außer die, denen meine wahre Identität bekannt ist. Freunde. Und Feinde.« »Was hatte Tyson gesagt?« »Die riechen komisch.« »Ungeheuer.« Die Gäste, die um Matt Sloan herumstanden, wurden immer größer. Sie waren keine Jungen mehr. Sie waren Riesen, von zwei Meter vierzig, mit wilden Augen, spitzen Zähnen und behaarten Armen, die mit Schlangen, Hula-Mädels und Valentinsherzen tätowiert waren. Matt Sloan ließ einen Ball fallen. »Hey, ihr seid nicht aus Detroit. Wer?« Die anderen aus seiner Mannschaft fingen an zu schreien und zum Ausgang zurückzuweichen. Aber der Riese namens Marksauger schleuderte mit tödlicher Genauigkeit einen Ball. Der Ball jagte vorbei ein Rashmandali, der gerade die Tür erreicht hatte und ließ sie wie durch Zauberhand ins Schloss fallen. Rash und einige von den anderen hämmerten verzweifelt dagegen, aber die Tür bewegte sich nicht mehr. »Lass sie raus!« schrie ich die Riesen an. Der, der sich Joe Zoster nannte, knurrte mich an. Auf seinem Bizeps war die Behauptung tätowiert, J.Z. liebt Baby Cake. Und auf einen kleinen Leckerbissen verzichten? Nein, Sohn des Meeresgottes. »Wir Lastrigonen wollen nicht nur deinen Tod. Wir wollen noch einen Mittagessen.« Er schüttelte die Hand und neue Bälle tauchten auf der Mittellinie auf. Nur waren die nicht aus rotem Gummi. Sie waren aus Bronze, groß wie Kanonenkugeln und löchrig wie Bowlingkugeln. Feuer lodete aus den Löchern. Sie mussten glühend heiß sein, aber die Riesen hoben sie mit bloßen Händen hoch. »Herr Lehrer!«, schrie ich. Nalli schaute schläfrig auf, aber wenn ihm an dieser Ballpartie etwas Außergewöhnliches auffiel, dann ließ er es sich nicht anmerken. »Das ist das Problem bei Sterblichen. Sie sehen die Dinge nicht, wie sie wirklich sind. Eine magische Kraft namens Nebel versteckt Ungeheuer und Gottheiten vor ihrem Blick.« »Ja, mhm, mhm«, murmelte der Lehrer. »Spülte weiter.« Und er vertiefte sich wieder in seine Zeitschrift. Der Riese namens Schädelfresser warf seine Kugel. Ich wieg aus und der feurige Bronzekomet segelte an meiner Schulter vorbei. »Cory!«, schrie ich. Tyson zog ihm hinter den Matten hervor, als die Kugel davor explodierte und die Matten in winzige Fetzen zerriss. »Lauft!«, befeile ich meinen Teamkameraden. »Zum anderen Ausgang!« Sie rannten in Richtung Umkleideraum, aber Joe Zaster machte eine kurze Handbewegung und damit war auch diese Tür verschlossen. »Niemand kommt hier raus, solange du noch mitspielst!«, brüllte Joe Zaster. »Und du spielst mit, bis wir dich gefressen haben!« Er schleuderte einen Feuerball. Meine Teamgenossen jagten in alle Richtungen davon, als der Ball einen Krater in den Boden der Turnhalle riss. Ich griff nach Springflut, meinem Schwert, das immer in meiner Tasche steckte. Ich trug ja meine Turnhose und die hatte keine Tasche. Springflut steckte in meinen Jeans, in meinem Schließfach, im Umkleideraum und die Tür zum Umkleideraum war versiegelt. Ich war absolut wehrlos. Ein weiterer Feuerball kam auf mich zu. Tyson stieß mich beiseite, aber die Explosion warf mich trotzdem um. Ich lag plötzlich auf dem Boden, benommen vom Rauch, und mein Batik-T-Shirt war von brutzelnden Löchern übersät. Hinter der Mittellinie glotzten mich zwei hungrige Riesen an. »Fleisch!«, brüllten sie. »Heldenfleisch zum Mittagessen!« Dann zielten sie. »Percy braucht Hilfe!«, schrie Tyson und sprang vor mich, als sie ihre Bälle schleuderten. »Tyson!«, schrie ich. Aber es war zu spät. Beide Bälle bohrten sich in ihn hinein. Aber nein. Er hatte sie gefangen. Auf irgendeine Weise hatte der unbeholfene Tyson, der regelmäßig Laborsachen umwarf und Spiegelräte zerbrach, zwei lodernde Metallkugeln gefangen, die im Tempo von einer Zillionen Kilometer pro Stunde auf ihn zugeschossen gekommen waren. Er warf sie zurück zu ihren verdutzten Besitzern, und die schrien, »Gemein!«, als die Bronzekugeln vor ihren Brustkästen explodierten. Die Riesen lösten sich in zwei Feuersäulen auf, ein Beweis dafür, dass es sich wirklich um Ungeheuer handelte. Monster sterben nicht. Sie lösen sich einfach zu Rauch auf, und das erspart den Helden eine Menge Aufräumarbeiten nach einem Kampf. »Meine Brüder!«, heulte Joe Zaster, der Kannibale. Er ließ seine Muskeln spielen, und sein Baby-Cake-Tatövierung bewegte sich. »Das wirst du mir büßen!« »Tyson!«, sagte ich. »Pass auf!« Noch ein Komet jagte auf uns zu. Tyson konnte ihn gerade noch beiseite schubsen. Er flog dicht über meinem Kopf und dem von Lehrer Nunnli vorbei und landete mit einem lauten Knall zwischen den Zuschauerbänken. Überall rannten Leute umher. Sie schrien und versuchten, den zischenden Kratern im Boden auszuweichen. Andere hämmerten auf den Boden und schrien um Hilfe. Sloan selbst stand wie erstarrt mitten auf der Spielfläche und starrte ungläubig die Todesbälle an, die um ihn herumflogen. Lehrer Nunnli bemerkte noch immer nichts. Er tippte sein Hörgerät an, als verursachten die Explosionen dort Störungen, aber er ließ seine Zeitschrift nicht aus den Augen. Bestimmt war der Lärm in der ganzen Schule zu hören. Der Direktor, die Polizei. Irgendwer würde uns zu Hilfe kommen. »Der Sieg ist unser!«, brüllt Joe Zaster, der Kannibale. »Wir werden uns an euren Knochen gütlich tun!« Ich wollte ihm sagen, dass er das Völkerballspiel viel zu ernst nahm, aber schon warf er eine weitere Kugel. Drei andere Riesen machten es ihm nach. Ich wusste, dass wir verloren waren. Tyson würde nicht alle Kugeln auf einmal abwehren können. Seine Hände mussten schon nach der ersten Salve übel verbrannt sein. Und in meinem Schwert mir kam eine verrückte Idee. Ich lief in Richtung Umkleideraum. »Weg da!«, sagte ich zu meinen Teamgenossen. »Weg von der Tür!« Hinter mir dröhnten die Explosionen. Tyson hatte zwei Bälle zu ihren Besitzern zurückgeworfen und diese damit in Asche verwandelt. Übrig waren also noch zwei Riesen. Eine dritte Kugel kam geradewegs auf mich zu. Ich zwang mich zu warten. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und dann ließ ich mich zur Seite fallen. Woraufhin die Feuerkugel die Tür zum Umkleideraum vernichtete. Ich nehme an, dass das Gas, das sich in den meisten jungen Umkleideräumen ansammelt, ausreichen müsste, um eine Explosion zu verursachen. Und deshalb war ich nicht weiter überrascht, als die lodernde Kugel einen gewaltigen Knall hervorrief. Die Mauer barst. Schließfachtüren, Socken, Stützbinden und andere unaussprechliche persönliche Habseligkeiten regneten durch die Luft. Ich drehte mich um und konnte gerade noch sehen, wie Tyson Schädelfresser eine reinsammelte. Der Riese zerbröselte, aber sein letzter verbliebener Kollege, Joe Zaster, hatte klugerweise seine Kugel behalten und wartete auf eine gute Gelegenheit. Er warf, als Tyson sich gerade umdrehte. Nein, schrie ich. Die Kugel traf Tyson mitten auf die Brust. Er rutschte einmal über das Spielfeld und knallte gegen die Rückwand, die einstürzte, ihn teilweise unter sich begrub und zur Church Street hin ein Loch freigab. Ich begriff nicht, wie Tyson immer noch im Leben sein konnte, aber er sah nur etwas benommen aus. Die Bronzekugel lag rauchend zu seinen Füßen. Tyson versuchte, sie aufzuheben, aber dann stolperte er rückwärts gegen einen Haufen Hohlziegel. Hey, brüllte Joe Zaster. Ich bin der Einzige, der noch steht. Ich werde genug Fleisch haben, um Babycake eine Tupperdose voll mitzubringen. Er schnappte sich eine neue Kugel und zielte auf Tyson. Halt, schrie ich. Ihr wollt doch mich. Der Riese grinste. Willst du als erster sterben, junger Held? Ich musste etwas unternehmen. Springflut musste doch irgendwo sein. Da entdeckte ich meine Jeans in einem rauchenden Kleiderhaufen zu Füßen des Riesen. Wenn ich den nur erreichen könnte. Ich wusste, dass es hoffnungslos war, aber ich lief los. Der Riese lachte. Mein Mittagessen nähert sich. Er hob seinen Arm zum Wurf. Ich machte mich zum Sterben bereit. Aber plötzlich erstarrte der Körper des Riesen. Er feixte nicht mehr, sondern sah nur noch verdutzt aus. Wo sein Nabel hätte sitzen sollen, wurde sein T-Shirt aufgerissen und etwas wie ein Horn wuchs heraus. Nein, es war kein Horn, sondern die glühende Spitze einer Klinge. Die Kugel fiel aus seiner Hand. Das Ungeheuer starrte das Messer an, das ihn soeben von hinten durchbohrt hatte. Er murmelte Oh. Und löste sich in eine Wolke aus grünen Flammen auf, was, wie ich annahm, Babycake ganz schön ärgern würde. Im Rauch stand meine Freundin Annabeth. Ihr Gesicht war verdreckt und zerkratzt. Ein zerfetzter Rucksack hing über ihre Schulter. Sie hatte sich ihre Baseballmütze in die Tasche gestickt, hielt ein Messer in der Hand und ihre sturmgrauen Augen blickten so wild, als sei sie soeben von Geistern tausende Kilometer weit gehetzt worden. Matt Sloan, der die ganze Zeit stumm dagestanden hatte, kam endlich zu sich. Er starrte Annabeth aus zusammengekniffenen Augen an und schien sich vom Foto in meinem Notizbuch her vage an sie zu erinnern. Das ist die... Das ist die... Annabeth gab ihm eins auf die Nase und er kippte um. Und du, sagte sie zu ihm, mach meinen Kumpel nicht so an. Die Turnhalle brannte lichterloh. Noch immer rannten Schüler schreiend herum. Ich hörte heulende Sirenen und irgendwer teilte per Lautsprecher etwas Unverständliches mit. Durch die Glasfenster der Ausgangstüren konnte ich den Direktor sehen, Mr. Bonsai, der sich mit dem Schloss abmühte, während eine ganze Schar von Lehrern sich hinter ihm zusammendrängte. Annabeth, stammelte ich. Wieso? Wie lange bist du schon... So ungefähr den ganzen Morgen. Sie steckte ihr Bronzemesser in die Scheide. Ich habe eine Möglichkeit gesucht, mit dir zu reden, aber du warst ja nie allein. Der Schatten, den ich heute Morgen gesehen habe, warst du. Mein Gesicht schien zu glühen. Oh Götter, du hast durch mein Schlafzimmerfenster geschaut. Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärung, fauchte sie, aber auch ihr Gesicht lief ein bisschen rot an. Ich wollte nur nicht... Da! schrie eine Frau. Die Türen wurden aufgerissen und die Erwachsenen stürmten herein. Wir treffen uns draußen, sagte Annabeth zu mir. Und der da? Sie zeigte auf Tyson, der noch immer wie betäubt vor der Wand saß und schaute ihn mit einem Ekel an, den ich nicht so ganz verstehen konnte. Den bringst du besser mit. Was? Keine Zeit, sagte sie. Beeil dich. Sie setzte ihre Yankee-Spaceball-Mits auf, ein magisches Geschenk ihrer Mutter, und war sofort verschwunden. Ich stand mitten in der brennenden Turnhalle, als der Direktor mit dem halben Lehrkörper und einigen Polizisten auf mich zugestürmt kam. Percy Jackson? fragte Mr. Bonsai. Was? Wie? Hinten vor der eingestürzten Wand stöhnte Tyson und rappelte sich auf. Kopf tut weh. Matt Sloan kam jetzt ebenfalls zu sich. Er starrte mich mit einem Ausdruck des Entsetzens an. Das war Percy. Mr. Bonsai, er hat die ganze Halle angesteckt. Mr. Nunley wird das bestätigen. Er hat alles gesehen. Lehrer Nunley hatte pflichtbewusst seine Zeitung gelesen, aber zu meinem Pech blickte er genau in diesem Moment auf, als Sloan meinen Namen nannte. Äh, äh, ja. Mhm. Mhm. Die anderen Erwachsenen drehten sich zu mir um. Ich wusste, dass sie mir niemals glauben würden, selbst wenn ich ihnen die Wahrheit erzählen konnte. Ich riss Springflut aus meiner rambonierten Jeans, rief Tyson zu, komm mit und sprang durch das klaffende Loch in der Seitenwand. Ich rieche den